Guck mal, es gab eine Zeit, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ne? Deswegen, ich will nicht lügen, ob das vor meiner Knastzeit war oder nach meiner Knastzeit. Aber ich glaube, das war vor der Knastzeit. Weil ich hatte eine Phase, wie ich euch ganz am Anfang gesagt habe, wir waren auch einfach nur Jungs von der Straße so. Wir haben draußen gechillt den ganzen Tag, wir haben draußen Geld gemacht, wir haben draußen gegessen, wir haben draußen alles gemacht. Also, so, die Straße sein ist einfach ein Lifestyle, so. Sag ich ganz ehrlich so, weißt du, was ich meine? Weil am Ende ist das eigentlich auch traurige Wahrheit, dass die Leute von draußen dich vielleicht sogar besser kennen als deine Eltern, deine Familie. So, also so permanent sind wir auf der Straße gewesen, dass man Doppelleben führt. Dass du draußen der bist und zu Hause der. So hat sich auch mein Name entwickelt, Sugar, ja? Der Name kam von der Straße. Sugar, so heißt es ja nicht ursprünglich. Also, ich meine, das heißt, irgendwann bin ich auch dieser Sugar geworden und auch geblieben. Und ich habe Gott sei Dank, habe ich irgendwann Musik entdeckt, dass dieser Name auch irgendwie einen Sinn ergeben hat, dass ich daraus auch einen Künstlernamen machen konnte. Weil sonst wäre ich einfach auf der Straße halt immer Sugar einfach so, weil jeder hat irgendwie einen Spitznamen gehabt. Weißt du, was ich meine? Das heißt so, dass ich am Ende jetzt Sugar MMFK heiße. Das ist nochmal auch eine Geschichte, weil dieses MMFK heißt mit mir für keiner. Und dieser Name kam im Knast, dieses MMFK, okay? Aber das ist eine längere Geschichte. MMFK heißt mit mir für keiner. So, aber um nicht jetzt darauf zu kommen. Vor dieser Knastzeit war ich einfach nur ein Junge von der Straße. Aber wir waren jetzt auf dem Weg, Namen zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt die Straße sehe wie eine Schule, ja, ist man erstmal einfach einer so der, ja, du bist einer von den Jüngeren, du hast deine kleine Truppe, ja, du gehörst halt einfach dazu, so. Irgendwann kommst du so wie Hauptschule oder weiterführende Schule, dann bist du halt schon jemand, der jetzt auch da weiß, was abgeht, okay? Der schon sieht, wie die älteren Sachen machen. Und dann irgendwann kommst du in Berufsschule, dann bist du der, der vielleicht auf der Straße jetzt verkauft und Leute hochnimmt und abzieht und so, ja? Und nach der Berufsschule ist dann die Frage, weißt du, was ich meine? Gehst du jetzt weiter, machst du jetzt dieses Studium, machst du jetzt dein Bachelor auf Straße? Das heißt, gehst du wirklich jetzt bis zu diesem Gangster-Status? Bist du jetzt wirklich auf diese Bachelor aus, Bruder? Willst du wirklich jetzt einen Namen machen auf der Straße? Dann gehst du halt diese, also wenn du bereit bist, das zu tun, dann brauchst du halt oftmals, fängt es an, dass Leute sich Gruppierungen anschließen, weil dann brauchst du halt Rücken, brauchst du Leute um dich herum. Da musst du stark sein, ja? Gibt es auch einen Mann Armees, so, kenne ich auch Leute, die sind alleine durchgegangen, haben alleine Namen gemacht, große Namen auch. Aber viele Leute haben halt auch eine stabile Truppe um sich herum, ja? Und bei mir, ich war gerade genau zwischen diese, ich bin ein Junge, der gerade so am Pushen ist, selber. Also besser gesagt, jemand, der selber gerade gesehen hat, wie alle das machen, die Älteren, und jetzt selber umsetzen kann, okay? Das heißt, ich war jetzt mit meinem Bruder Ahmed. Wir haben jetzt so ein paar Leute gesehen, also wir haben jetzt schon verstanden, wie man das macht, ja? Wie man Leute hochnimmt, abzieht und so. Und haben dann einen Plan gemacht. Boah, diese Geschichte ist eigentlich eine gottlose Story, hat der, ja? Wir haben einen Plan gemacht. Wir haben gesagt, guck mal, Bruder, wir wollen auch pushen, ne? Wir wollen auch wegmachen und so. Aber wir haben selber kein Geld, um da rein zu investieren, in das Ort, in das Material. Wir können das nicht selber kaufen mit Geld von Mutter oder von, weißt du, ich meine, Bruder, wer macht sowas, Alter? Ja, das ist so ehrenlos. Du gehst jetzt mit Geld von deiner Mutter, was deine Mutter vom Putzen oder von Dings hat, weißt du, ich meine? Weil bei mir meine Mutter putzt schon seit lange, lange, Bruder, weißt du? Das heißt, das einzige Geld, was ich halal hatte, war von Mutter, Bruder. Ja, und zu der Zeit gab es nicht mal diese Mindset, dass man denkt, boah, ich muss selber arbeiten gehen oder so. Du bist auf Straße und dann machst du, was du auf Straße machen kannst, weißt du? So war das Mindset. Das heißt, ich habe jetzt mit Ahmed, wir haben geredet und haben gesagt, guck mal, wir müssen einen hochnehmen. Wir müssen Leute hochnehmen. Wenn wir den hochgenommen haben, dann haben wir Geld, was wir investieren können in unser Pusher-Business, ja? Ich nenne das jetzt so, verstrickt Pusher-Business und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, der Plan stand. Ich hatte ein paar Jungs aus einer, aus der Stadt, aus Linz, ja? Linz am Rhein. Ich hatte einen Kollegen. Der Kollege heißt, ja komm, ich sage seinen Namen nicht, Alter. Komm, egal. Ich sage seinen Namen nicht. Auf jeden Fall, der Kollege, der hat jetzt eine, guck mal, die Geschichte fängt jetzt richtig tricky an, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, boah. Ah, die Geschichte ist echt scheiße, Alter. Was haben wir gemacht, ja? Guck mal, der Kollege von uns, also von mir, ja? Er hatte so, 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 so Kiffer-Freunde. Er hatte so Kiffer-Leute um sich herum und war bei diesen Kiffer-Leuten halt so voll hoch angesehen, weil die waren so Dorfkinder, ja? Und dieser andere Kollege, er war halt auch so Dorfkind, aber war auch in der Stadt, okay? Er hat also auch mit uns gecheckt. Und ist dann immer dahin und hat erzählt, wie krasse Leute wir sind, okay? Das heißt, diese Leute dort dachten immer, er ist voll der krasse Typ. Und er hat dann zu uns einen Tag gesagt, hör mal zu, diese Jungs, bei denen ich immer chille, das sind Kiffer und so, die verkaufen auch. Für uns war diese, okay, ja? Der sagt, ja, guck mal, die wohnen da in diesem Dorf, dies und das, lass die hochnehmen. Und für uns war das so, hä, du chillst doch mit diesen Jungs. Der sagt, nein, Mann, und so, scheiß auf die. Weißt du? Und für uns war okay, wie viel haben die denn? Der sagt, guck mal, ich werde mit denen so reden, ich werde denen sagen, du wirst kommen, ne? Du wirst kommen und die Jungs kennenlernen und vielleicht was bei denen kaufen. Deswegen, die sollen Ware bereit haben und dann kommst du und dann nehmen wir alles hoch und dann hauen wir ab. Der Plan klang so simpel, so einfach, so chillig. Wir haben uns gedacht, okay, das klingt nach einem so Willkommensgeschenk. Jetzt guckt euch mal die Geschichte an, wie wir gemacht haben. Weil wir haben zu der Zeit, ich habe selber kein Auto gehabt oder gefahren. Das heißt, diese Jungs mussten uns abholen kommen. Aber wir brauchten ja auch irgendwie einen Fluchtwagen. Dass wenn wir die Ware haben, dass wir dann in ein Auto steigen können und abhauen können. Da kommt jetzt mein Bruder Achmed ins Spiel. Hohoho, Achmed. Der ist einer von unseren Älteren, deswegen sage ich ganz sehr Achmed. Weil eigentlich, der hat mit so einer Sache nichts zu tun gehabt. Also der war schon älter, der hat schon krassere Sachen gemacht. Aber das war jetzt, ich war stolz als kleiner Junge. Ich habe jetzt eine Sache, ich kann jetzt so meinen Älteren involvieren und so. Er ist zwar nur Fahrer, aber ich war so voll stolz, dass ich so, jetzt bald mache ich Geld und so. Ich komme, weiß nicht, ich meine. Okay, wie haben wir das jetzt gemacht? Ich habe Achmed gesagt, guck mal, du fährst mich bis dahin mit dem einen Kollegen. Du fährst uns beide dahin, dann steigen wir aus, dann rufen wir die Jungs an, dass wir da sind, dann kommen die uns abholen, dann fahren wir zu denen nach Hause. Und wenn wir dann in deren Auto sitzen, fährst du uns undercover hinterher, dann hältst du irgendwo da, dann rasieren wir die, dann jumpen wir in dein Auto rein und fahren wieder nach Bonn. Okay? Ich hoffe, ihr habt es alle verstanden, weil das kann ich nicht nochmal jetzt so wiederholen. So, das war der Plan. Tamam, tamam. Achmed fährt uns, so, 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 wir steigen aus, so, so. Wir rufen die Jungs an, ey Jungs, wir sind hier. Ich steige jetzt bei den Jungs in das Auto ein. Wir fahren jetzt mit denen in seine Wohnung rein. So, Achmed ist uns undercover hinterher gefahren. Ich habe sogar Achmed so per WhatsApp, äh, was war das? War das schon WhatsApp, Alter? Keine Ahnung, auf jeden Fall Nachricht geschrieben. Bist du da? Der sagt, ja, ich bin direkt da unten, so, so, so. Okay, wir sind jetzt in der Wohnung. Ich gucke links, rechts, ich sehe nichts. Kein Ort, nichts offensichtlich rumliegen, ja? Ich habe so den Kopf ganz, okay, wie fängt man jetzt die Sache an, Alter? Wie soll das jetzt hier anfangen? Und diese Jungs sagen, ey, Mann, du bist doch Sugar und so, du kommst doch aus Bonn und so. Und ich war noch kein Rapper, weißt du, was ich meine? So, ich war einfach Sugar von der Straße, so. Aber nicht Sugar, der Rapper, okay? Das heißt, es war vor meiner Knastzeit. Es war so, ja, es war vor meiner Knastzeit auf jeden Fall. Und, äh, weil erst nach Knast habe ich Musik angefangen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die haben mich so einfach gefeiert, weil ich einfach Sugar bin. Sugar, der Straßentyp einfach. Die haben von mir jetzt viele Sachen gehört und so und fanden das cool, mit mir jetzt da zu sitzen und so. Und ich denke mir, ey, ich darf mit den Jungs hier nicht zu cool werden, sonst, ich kann die nicht mehr rasieren, weißt du, ich meine? Wir sind jetzt da und so und ich denke, kannst du, wie fange ich jetzt an, Alter? Also, die sind doch viel zu korrekt. Die sagen, ey, guck mal, wir haben ja Ware hier und so, willst du mal unsere Ware probieren? Und zu der Zeit, ich habe auch selber gebufft. Aber ich habe noch nie Bonn geraucht. Und jetzt, er sagt, boah, du musst mal einen fetten Kopf rauchen davon und so. Und ich dachte jetzt, mein Kollege, der mich da hingebracht hat, hat denen erzählt, ich bin voll der so Kopfraucher und so. Ich denke so, Alter, ich rauche doch eigentlich gar keinen Kopf. Aber wenn ich jetzt so sage, ey, ich rauche nicht, vielleicht denken die so, hä, was ist das für ein Amateur? Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, ich wollte einfach den Film einfach weitermachen. Die machen jetzt so einen Kopf-Bong und so. Ich weiß nicht, wer sich auskennt von euch, Freunde, ja? Die machen jetzt, die zünden das an und so, ich muss jetzt ziehen und so. Und danach so Dings, so, äh, irgendein Loch zuhalten, ne? Ich muss so ein Loch zuhalten. Ziehen und dann dieses Loch freilassen, weißt du, was ich meine? Und dann, und währenddessen weiterziehen, dann kommt die ganze Luft rein, dieser ganze Rauch. Ich ziehe jetzt und so, ich lasse jetzt Luft. Ich merke, wie mein ganzer Hals anfängt zu kratzen und so. Und ich kriege so einen Hustenanfall. Aber ich wollte vor denen nicht zeigen. Wisst ihr, ich meine? Ich mache jetzt so... Bruder, das ist... Das hat nicht aufgehört. Ey, ich habe einen Hustenanfall bekommen, ne? Und die reden mit mir und so und sagen, ey, das knallt und so. Ne, ich so... Das knallt voll und so, Bruder. Ich konnte gar nicht reden. Ich habe das noch nie erlebt in meiner ganzen Kieferzeit, ne? Und ich merke so, scheiße, Bruder, das knallt übertrieben, Bruder. Ich wollte die Leute eigentlich rasieren, aber ich bin hier gerade auf Haia Mann, Bruder. So scheine. Ich bin gerade auf diese, Bruder, Hollandaise, Bruder. Alter, ich dachte, scheiße, Bruder, was rauche ich hier? Ich bin weggebeamt, Bruder. Die haben mich stund gemacht. Ich dachte, ey, die ziehen mich gleich ab. Weißt du, wie ich am Ende da war? Wir sitzen jetzt nebeneinander, wir zocken blazy und so. Alter, ich sitze links, echt. Ich sitze da... Bruder, ich bin da hingekommen, die zu rasieren. Ich sitze jetzt da voll Haia, Bruder. Wir zocken blazy und so. Ich habe vergessen, Bruder. Mein Kollege sitzt im Auto, ich habe mein Handy vergessen. Alles vergessen, Bruder. So Haia war ich. Okay? Ich sitze jetzt, wir zocken blazy und so. Dies und das. Irgendwann. Ey, ich kann nicht mehr schüren. Ich muss so lachen, Achmed. Wenn diese Story siehst, ich küsse dein Herz, Bruder. Was haben wir für einen Scheiß gemacht? Ey, ich wollte die Leute abziehen gehen, Bruder. Mit denen am Ende war ich stund. Und wir zocken jetzt blazy. Guck jetzt. Wir zocken blazy und so. Und ich bin voll high. Ich merke, scheiße, Bruder. Pappfresse und so. Mund ist trocken. Und diese, ich denke, scheiße, Alter. Und diese Husten. Das hat immer noch so, das brennt noch und so. Und ich merke, ich muss trotzdem irgendwie jetzt den Film anfangen und so. Ich sag jetzt einfach zu den Jungs. Ey, was habt ihr da reingetan und so? Weißt du, was ich meine? Ich sag einfach zu denen. Was habt ihr da reingetan und so in diese Zeug? Die sagen, ey, das knallt und so, ne? Ich sag, ey, wollt ihr mich vergiften und so? Was habt ihr da reingetan in diese Zeug und so? Ich fang einfach an, irgendeinen Film zu machen. Die sagen, ey, chill doch und so. Ich sag, nein, Mann, ihr wollt mich vergiften. Ey, ich musste die Scheiße irgendwie drehen, Bruder. Ich kam nicht zurecht. Ich war so high selber, ne? Auf jeden Fall, ich hab dann so einen Film auf die gemacht. Einen auf, ihr wollt mich hier vergiften und dies und das. Zeig mal das Zeug. Wo ist das Zeug überhaupt und so? Wo habt ihr das geholt? Weil ich wollt die Ware sehen. Ich hab noch gar nicht gesehen, was die hatten. Jetzt sie sagen, chill doch, dies und das und so. Und ich schreie den Typ an. Ich sag, ey, hör mal zu. Hol das Zeug und so. Er sagt, ey, chill doch und so, ne? Und ihr wisst ihr was, ey? Mann, diese Geschichte ist ehrenlos. Wirklich. Es tut mir leid, dass ich das so erzählen muss, ja? Es ist heute, für mich ist es immer noch trotzdem lustig, weil das ist halt Straßenscheiß, ja? Es gibt manche Leute, die sind in der Straße, die wollen verkaufen und so. Aber das sind Ottos. Auf der Straße ist wirklich fressen oder gefressen werden, Bruder. Die können Glück haben, dass ich die rasiert habe, weil vielleicht haben die danach aufgehört. Weil stell dir vor, die hätten weitergemacht und irgendwann hätte man die komplett rasiert. Wirklich. Ich war selber ein junger Typ, ja? Und ich schreie den einen Typ an. Ich rede mit denen. Ich sage immer zu, wo ist das Zeug und so. Hol das Zeug. Und sein Kollege sitzt immer noch neben mir und ist so am Zocken, voll high. Voll so am Spielen und so. Ich schreie seinen Kollegen an. Ich bin schon voll in diesem Film. Die abzuziehen, weißt du? Und der eine sagt, ey, chill doch und so. Und der andere, der ist einfach am Zocken. Ich gucke den anderen an, ich gebe dir so ein Off eingestellt. Ich muss bei dir anfangen, weil wenn du weiter zockst, der andere nimmt mich nicht ernst. Ich kann nicht mehr. Ey, ich kann nicht mehr. Ich sag euch. Guck mal, um das jetzt kurz zu fassen. Ich habe jetzt auf beide diese Filme gemacht. Jetzt, wo der erste eine Schelle bekommen hat, haben die gedacht, scheiße, Alter, was geht hier ab? Die hat den wachgerüttelt. Weißt du, ich meine, der war so high. Er sagt, scheiße, Alter, was passiert hier gerade? Und ich meinte dann so, ey, Jungs, holt das Zeug raus und so. Boah, und jetzt kommt eine Sache, das weiß ich gar nicht, ob ich erzählen darf. Aber das ist jetzt schon so lange her. Und es gab auch keine Anzeige für sowas. Wer weiß, vielleicht haben die auch unbekannt gemacht. Vielleicht habe ich mich jetzt gerade selber rasiert mit der Story. Aber ich hoffe mal, das ist schon verjährt, oder? Spätestens 2024 ist das verjährt, denke ich. Weil das, also 2014 oder so, um den Dreh muss das gewesen sein. Auf jeden Fall, ich hatte eine Dings, eine Gaskasse dabei. Das war das. Ich hatte nämlich eine Gaskasse dabei gehabt. Ich sage euch ehrlich, ich habe vorher noch nie eine Gaskasse gehabt. Aber wie ich euch vorhin zu Beginn gesagt habe, war ich halt auf meiner Straßenkarriereleiter. War ich gerade genau in diesem Punkt, wo man gerade zum Richtung Gangster wird, okay? Dass man einfach nur noch Straßenjungen ist, reicht nicht. Du willst jetzt Namen machen. Das heißt, du fängst jetzt an zu überlegen, wie du wirklich Geld machst auf Straße. Und wenn du halt auch Geld auf Straße machst, musst du dir auch Gedanken machen, wie du auch das Geld auch erstens bewahrst. Also schützt, dass nicht irgendwie Ältere kommen und dir irgendwie aufdrücken, du musst jetzt für die verkaufen, weil du keinen Schutz hast. Oder du musst Schutz zahlen oder so. Das heißt, dann musst du dich auch verteidigen und dann fängt halt auch an, dass man sich bewaffnet und so. Das heißt, ich war genau auf diesem Switch gerade. Und das war so die erste Aktion, die in diese Richtung gehen sollte. Und deswegen, ich war bewaffnet. Ich hatte eine Gasknarre dabei gehabt. Und ehrlich gesagt, ich habe vorher noch nie eine Gasknarre gehabt. Das heißt, ich weiß nicht mal, ob das Gasknarre wirklich war. Die war schwer. Es könnte auch eine echte gewesen sein. Keine Ahnung. Oder komplette Placebo. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Attrappe oder wie man das nennt. Aber auf jeden Fall habe ich eine Gasknarre da gehabt. Als ich den ersten Opfer gegeben habe, habe ich gemerkt, okay, jetzt nehmen die mich ernst. Habe ich gesagt, hör mal zu, wo ist das Zeug? Dann sagen die, ey, Bruder, wir haben hier nichts und so und so. Und dann habe ich die Gasknarre rausgezogen. Das sind gerade Storys, Bruder. Vielleicht meine Mutter kurz zu. Scheiße. Gestern noch über Gott und die Welt geredet. Oder die Leute denken gerade, die sind falsche Fünf. Das ist alles Vergangenheit, Mann. Ja, dann habe ich das rausgezogen. Die Knarre habe ich gesagt, wo ist das Zeug? Dann haben die gesagt, ey, chill doch. Was machst du hier? Was hast du vor? Warum machst du das? Chill, bitte. Die haben schon Schiss gehabt, ja. Und ich meinte, ey, hör mal zu, ich bin hier nicht zum Spaß und so. Ihr wolltet mich vergiften. Ich habe einfach auf diesen Film gemacht. So, da wo ich herkomme, macht man so und so, dies, das. Und danach habe ich einmal so geladen. Sehr fahrlässig. Heutzutage sage ich euch. Weil ich gar nicht weiß, ob das eine echte war. Ob das eine Gasknarre war. Ich weiß gar nicht, hätte ich vielleicht gedrückt, was wäre rausgekommen. Weil es gibt auch Gasknarre, da ist auch so Pfefferspray und so drin. Also so wirklich diese Gas, weißt du? Dass am Ende einer Hustenanfall kriegt und irgendwie allergische Reaktion. Keine Ahnung, Bruder. War sehr fahrlässig. Aber ich wollte halt einfach die Sache durchziehen. Und war mit diesem Straßenkopf so sehr drinne, mir da irgendwie einen Namen dazu machen. Und habe am Ende wirklich durchgeladen. Ich habe so geladen. Und habe mich gefühlt wie ein richtiger Gangster, Alter. Ich sage euch, ich habe mich echt gefühlt. Ich dachte, ja Mann, genau so fühlt sich das an. Jetzt haben die Angst und geben mir diese Macht, die ich haben will. Und ich habe die angeguckt und habe gesagt, guck mal, bei uns ist das so. Wenn man nachlädt, dann muss man auch eine Kugel loswerden. Also wo ist das Zeug? Dann sagt der eine, ey, wir haben nichts. Dann sage ich, wo ist das Geld? Sagt er, wir haben doch nichts. Und dann der Kollege, der neben mir saß von ihm, den ich ein Schelle gegeben habe. Der hat dann gesagt, ey, sag ihm doch, wo das Geld ist. Das Geld ist da und so. Der hat auf einmal Eierflattern bekommen und hat gesagt, wo das Geld war. Ich gucke jetzt, ich sehe, das war hinter so einem Foto von ihm und seiner Perle. War so ein Batzen Geld. Habe ich diesen Batzen Geld genommen. War in so Schuhkartons. Habe ich mitgenommen. Ich habe da so eine Casio Uhr mitgehen lassen. Casio Uhr, sein Playstation. Sein Laptop. All das haben wir mitgenommen. Zack, Bruder. Ich bin zum Auto gerannt. Mit den Sachen in Hand und so. Mein Hose am Rutschen. Rausgerannt aus dieser Wohnung. Weil guck mal, was ich vergessen habe zu erzählen ist, was ich gar nicht wusste, was gar nicht im Plan war vorher, ist, dass der Typ mit seinen Eltern gewohnt hat. Auch so eine gottlose Sache, Alter. Ehrenlos. Auch, dass er verkauft im Haus und wohnt mit seinen Eltern noch. Also er war so Untermieter, ne, sagt man. Also der hat oben gewohnt, seine Eltern haben unten gewohnt. Und wir waren ja voll laut da im Haus. Also ich habe ja irgendwann voll rumgeschrien und so. Und dann meinte der Chill, meine Mutter ist unten, meine Eltern sind da und so. Das heißt, die Sache ist voll komplett in die falsche Richtung gegangen. Ich bin halt so aus dem Haus rausgelaufen, habe Hose hochgehalten und so mit meinem ganzen Zeug, was ich hatte. Ich renne so zum Auto. Ich schmeiße alles ins Auto rein. Ich sage, fahr, Achmed, wir fahren. Der sagt, hast du alles? Ich sage, ja, ich habe alles. Siehst du was, wir fahren. Dann hatten wir unseren kleinen Schnapp gemacht. Haben das aufgeteilt. Und dann habe ich erst mal gesehen, okay, guck mal, von diesem ganzen Straßenscheiß kann man wirklich auch ein bisschen Geld machen. So, man muss ein bisschen riskieren. Man muss das nächste Mal anders machen. Nächstes Mal müssen wir so machen. Nächstes Mal müssen wir besser planen. Und so, 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 auf einmal fing das an. Da war ich drinnen. Von da an habe ich immer Leute erst mal abgezogen. Das war der Einstieg. Aber nächste Story erzähle ich euch ein andermal, okay?